Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zum ersten Mal da sind und herzlich willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast es einen super Start gestern in die neue Tradingwoche, in deine neue Arbeitswoche. Wenn nicht, hoffe ich, dass für dich der Dienstag besser laufen wird, vielleicht gleich sogar mit dem Gewinnspiel. Auch heute machen wir weiter. Ihr wisst ja, das Ganze funktioniert. Nach dem Video habt ihr die Möglichkeit, die Kommentarfunktion voll zu ballern und ihr müsst natürlich Abonnent des Kanals sein, genauso wie dem Video ein Like geben und dann habt ihr die Möglichkeit, auch morgen wieder 120 XRP abzustrauben. Wir losen jetzt erst einmal den Gewinner von gestern aus, das ist das Video von gestern und dann hauen wir den Link hier rein. Versuchen das noch in irgendeiner Art und Weise auszurechnen, ohne Taschenrechner. Mal gucken, wie viele Kommentare es gestern waren. 350 und der Gewinner von gestern, das ist dann der Timo Nowak. Das freut mich. Mal jemand, der auch wirklich sehr, sehr oft hier ist und sehr, sehr oft kommentiert. Guten Start in die Woche allen mit einem netten Kommentar, dann auch noch für alle muss man wirklich sagen. Die Kommentarfunktion, die wird teilweise wirklich auch schön zugeballert mit freundlichen Kommentaren. Das finde ich toll an dieser Community. So, haue ich dann gleich in die Kommentarfunktion auf. Wie gesagt, ist das dann heute ebenfalls wieder möglich, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir machen weiter. Wir fangen an mit Bitcoin. Und zwar haben wir gestern gesagt, dass dort eine Erholung möglich ist. Ja, denn wir sind an die absteigende Linie gelaufen und bilden hier eine bullische Divergenz. Und hier haben wir noch gesagt, der RSI-Break würde wahrscheinlich den Ausbruch geben. Diagonal hatte ich mir das gerade eingezeichnet. Ich hoffe, dass der eine oder andere mal zwischendurch zuhört, was wir sagen. Dann hätte es bestimmt auch selbst gesehen. Breakout. So, jetzt warten wir, dass dieses hoch rausgenommen wird. Die 26,415, wenn ich nicht in einem Long drin bin. Ich hatte gestern einen Long, bin aber schon wieder raus. Ja, das ist immer so ein Ding, wie ich sage, okay, nur realisierte Gewinne sind Gewinne. Wenn wir hier drüber kommen, kann ich auch einen neuen eingehen. Mario, wohin kann das Ganze denn dann gehen? Das ist hier das, was ich eingezeichnet habe. Ich würde sagen, die Möglichkeit besteht durchaus, dass wir 26.750 bis sogar 27.150 anlaufen. Weil ich denke, dass dieser erste Abwärts-Move beendet ist. Wir waren auf vier Stunden Basis auch hier schon relativ im überverkauften Bereich. Und dass wir die Chance haben, hier auf einen Rebound. Das kann auch sich relativ zügig entwickeln. Ja, über den heutigen und über den morgigen Tag. Warum ich das so sage, ist einfach folgendes. Wir haben Donnerstag und Freitag extrem wichtige Sachen auf dem Schirm. Wir haben erstens Donnerstag die Folgeanträge Arbeitslosenhilfe, das Bruttoinlandsprodukt und die PCE-Kernrate-Preisindex. Und am Abend um 22 Uhr deutscher Zeit spricht nochmal Jerome Powell. Er wird nichts anderes voraussichtlich sagen, als dass er letzte Woche und schon voll gequatscht hat am Mittwoch bei der FED-Pressekonferenz. Und das war deutlich bärisch für die Märkte. Genau deswegen denke ich mir, dass wir die Chance haben, die nächsten beiden Tage durchaus eine Erholung hinzulegen. Auch in den Märkten. Ja, und dass wir mit der Rede und Achtung, das ist Donnerstag. Am Freitag kommt dann um 14.30 Uhr deutscher Zeit, wenn mich nicht alles täuscht, Inflationsdaten. Die PCE-Kernrate Monat und Jahr. Genau das ist das Jahr, wo die FED drauf guckt. Und sie werden uns am Donnerstagabend, wird Jerome Powell uns schon einstiehlen und sagen, passt mal auf. Solange die PCE-Kernrate hier nicht runterkommt, da werden wir mal schön gepflegt weiterhin an den Zinsen schrauben, Kollege Bratwurst. Ja, warum sollte er etwas anderes sagen, als das er letzte Woche gesagt hat? Das wird nicht passieren. Genau deswegen rechne ich die nächsten ein, zwei Tage bei Bitcoin aufgrund des überverkauften Charts. Und wenn wir gut, gut willig sein wollen, hätten wir hier auf 4 Stunden Basel im RSI einen Breakout. Rechne ich mit einem Rebound, der durchaus in diese Area, die ich angesprochen habe, zwischen 26.750 und 27.200 gehen kann. Von dort aus glaube ich, dass Jerome Powell am Donnerstag schon sagen wird, pass mal auf, Kollege, wenn die PCE-Kernrate weiter kacke ist, dann werden wir die Zinsen weiter für longer anheben. Oder auf dem Niveau belassen. Und ich glaube, dass das von hier aus eine massive Short Opportunity wird und uns ganz böse in tiefere Regionen unter dieses Low, unter die 25 führen wird. Das heißt, ich werde wahrscheinlich hier, wenn wir dorthin kommen, in diese Region eher in Shorts rein skalieren, als meine Long Position weiter ausbauen. Ja, ihr seht auch, was hier für eine Co-Influenz ist. Hier kommt uns eine absteigende Linie entgegen. Hier ist das Bull Market, jetzt ist es Bull Market Resistance Ban. Hier ist horizontaler Widerstand, wo wir, sag ich einfach mal ganz blöd, hier nicht drüber hinausgekommen sind. Hier ist eine Ex-Short-Linie, die uns entgegenkommt. Und wenn wir die verlängern, ist das schon die Unterkante. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich glaube nicht, dass wir hier drüber kommen. Sollten wir über die 27.5 kommen, wäre das massivst Bullish und wir könnten einen richtig heftigen Short Squeeze geben in Richtung 29.000 bis sogar 30.000. Persönlich glaube ich da nicht dran. Aber das ist nur aktuell meine Einschätzung. Warum ich auch denke, dass hier die PCE-Kernrate weiter steigt, ist einfach folgendes. Der Ölpreis, der ist ja die ganzen letzten Monate und auch bis jetzt die letzten Tage auf dem Weg in Richtung Norden gewesen. Ja, das hat die Inflation einfach weiter oder die Kernrate sollte das eigentlich weiter in Richtung Norden pushen. Wir haben ja auch schon letzten Monat gesehen, dass sich die PCE-Kernrate nicht in die Richtung entwickelt hat, die sich die FED gewünscht hat. Nur, dass wir jetzt hier die letzten zwei, drei Tage in Richtung Süden taubeln. Ich meine, ich bin auch Short in Öl. Ja, das hat aber bis Freitag, hat das nicht die Auswirkungen, die wir wahrscheinlich sehen werden in der PCE-Kernrate. Kurz gesprochen, Mario. Folgendes bleibt weiterhin bestehen. 26.400 Long. Erster Take Profit. 26.700. Und dann hier oben in diese Area zwischen 26.750 respektive, wenn es so weit hoch geht, 26.200 von dort rechne ich mit einem massiven Abverkauf. Genau das gleiche würde dann bei Ethereum logischerweise dafür sprechen. Wir haben die Möglichkeit hier auf eine Inverse-Schulterkopf-Schulter-Formation. Unschön, aber durchaus möglich. Ihr seht das hier. Das heißt, wir müssten jetzt ausbrechen über die 1600. Erste Ziel, 16.10. Zweites Ziel ist dann hier oben, meiner Meinung nach, dieser Knotenpunkt 16.30, würde ich sagen. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht darüber hinaus ausbrechen können. Aber 16.30 halte ich schon für relativ realistisch, sollten wir dahin kommen, dass wir dort scheitern werden bei Ethereum. Auch dort würde ich dann, glaube ich, eher in dieser Region meine Short-Positionen aufbauen, als dass ich, ja, das ist ein gutes Target. Ja, als dass ich hier in den Long reinskaliere bei Ethereum. Das ist jetzt relativ kurz, aber wir haben dafür sehr, sehr lange über Bitcoin gesprochen. Ihr habt auch hier gesehen, haben wir gestern darüber gesprochen, dass wir die Möglichkeit haben, hier einen Break zu kriegen. Wir haben auch auf dem RSI einen Break gekriegt. Und wer diesen Kanal länger verfolgt, der hat dann hier gesehen. Alles klar, da ist schon der Break. Hier, ja, und damit war die Nummer Long. In 1600, habe ich euch gesagt, das ist der erste Widerstand. Und jetzt sieht es so aus, als wenn es hier weitergeht. Wir sind da noch nicht mal im Über-Kaufen-Bereich im RSI. Also wir haben da noch Platz nach oben, sage ich einfach mal. Wir gehen ganz kurz über die traditionellen Märkte. Auch hier sieht es aus, als wenn, in Anführungsstrichen, der Ausverkauf noch nicht beendet ist. Das sieht jetzt hier erstmal nach einer Seitwärtsnummer aus. Wir sind ja auch hier auf ganz gutem Support. Auch hier die nächsten zwei, drei Tage. Guckt euch mal an, wie überverkauft wir sind. Wir haben auf vier schon was. Das ist eine bullische Divergenz. Von hier nach hier war der Kurs absteigend. Der RSI war nach oben. Brechen wir hier so leicht diagonal auf. Haben wir die Möglichkeit, vielleicht hier nochmal in die 4.380 oder sowas zu kommen. Und von da aus rechne ich doch dann hier eher mit der 4.250, bevor wir uns dann weiter auf den Weg in Richtung Norden machen. Auch das alles jetzt über die nächsten Tage verteilt. Ich bin hier in den Märkten im Moment gar nicht involviert. Weder Long noch Short. Das ist mir zu choppy. So eine Situation hatte ich vor ein paar Wochen mal. Da wurde ich zwei, drei Mal hin und her geworfen. Deswegen habe ich da in diesem Moment erstmal keinen Bock drauf. Ihr seht aber auch im S&P die Möglichkeit auf eine Inverse-Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das ist das hier. Und genau deswegen würde ich mich da jetzt erstmal nicht in einen weiteren Short reinwagen. Ich denke auch hier haben wir die Möglichkeit, bis Donnerstagnachmittag oder sowas hier hoch zu gehen, wenn wir das nach oben hinbrechen, in diese 4.380 und dann mit Jerome Powell und einer mindestens gleichbleibenden PCE-Kernrate, wenn nicht sogar leicht steigenden PCE-Kernrate, den Fall hier in diese grob 4.250 hinzulegen. Das soll es gewesen sein für... Ja, ich war beim Arzt. Nein, es ist keine Lungenentzündung. Es ist trotzdem irgendeine Scheiße. Ja, ich habe Antibiotika gekriegt und hier und da und blablabla. Und ich bin auch... Ich nehme es auch ein. Ja, ich bin brav. Das heißt, ich hoffe, dass das mal die nächsten Tage besser wird. Vielen Dank der Nachfrage. Krypto David 007. Nochmal 5 Euro. Vielen, vielen Dank auch hier an der Stelle. Dafür wird ebenfalls weitergeleitet an die Station für krebskranke Kinder. Euch allen wünsche ich einen wunderschönen Start in diesen Dienstag. Macht das Beste daraus. Wenn ihr ein Trade nehmt, hoffe ich, dass ihr dabei sehr, sehr gutes Geld verdienst. Ansonsten gut, gesund und glücklich bleibt. Und wenn du Bock hast, am Gewinnspiel teilzunehmen, kommentiere einfach das Video. Sei einfach Abonnent und like das. Und dann hast du morgen auch die Möglichkeit, 120 XRP zu gewinnen. Einen wunderschönen Dienstag euch.